also die menschen haben eine black box quasi wie so ein flugzeug oder so status unter quarantäne was sieht man denn da sieht aus wie so ein rolltor oder rolltor mit schau dich mal ein zimmer um ach so warte mal stand hier nicht was da stand doch was mit did you do that kathrin what never mind i think i saw that why don't we get the feeling that we just got lord into the back of a van was hat sich gerade ins system gehackt und es war nicht kathrin ähm 1880 okay warum mikron quarantäne aufgehoben da wollte irgendjemand im system dass wir die quarantäne bei omikron aufheben ob das wirklich so eine gute idee war etwas ja etwas möchte dass wir da rein gehen aber ich bin ganz ehrlich ich will da gar nicht rein ich möchte da wirklich nicht rein also so wie krieg ich jetzt hier wieder ach so warte mal ich muss die pumpe abschalten ne warte mal ne moment omni tool jetzt vielleicht ja jetzt omni tool schwenken Boah, will ich echt nach Omnikron da rein? Ich... Bin echt gespannt, was uns da noch alles erwartet. Und vor allem, wie weit wir jetzt schon sind. Hey, guck mal, da ist schon wieder Bomberman. Haben wir jetzt eigentlich den Strom wiederhergestellt? Können wir da eigentlich irgendwas machen? Atlantischer... Was, Atlantischer Hering? Spezies, aha. Ja, Nose fehlgeschlagen. Bestandszählung unzuverlässig. Ach, das ist für Fische fangen. Okay. Guck mal, da ist Bomberman. Hey, Bomberman, bleib mal stehen. Hey. Bomberman. Toll. Nun knistert das jetzt gerade schon wieder so. Ich hab gerade ein ungutes Gefühl. Was? Polygone Muräne. Okay. Polygon Muräne. Was haben wir hier? Schwarzfisch. Kann es sein, dass da Omnikron ist? Verdammt, warum muss ich immer recht haben? Irgendetwas möchte, dass wir da reingehen. Wie war Star Wars Battlefront, Peter? Äh, hab ich noch nicht viel gespielt. Also, äh, bin ich ganz ehrlich... Hab ich noch nicht viel gespielt. Ähm, aber was ich bisher gespielt habe, war schon sehr, sehr interessant und hat sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen. Und, ähm, wie gesagt, spielt sich, also, es hat, man merkt, man merkt's an, dass das ein bisschen Battlefield drinsteckt. Man merkt's halt an, dass es, wenn man Battlefield selber gespielt hat, merkt man's. Ähm, trotzdem gibt's Spiel aber irgendwie das Gefühl, dieses Star Wars Feeling. Man kennt das, wenn man ein Star Wars Spiel einlegt und dann Star Wars Filmen sieht, dieses, wenn die Musik einsetzt, oder dieses, von den, äh, Blastern, diese, diese Geschosse so, pju, 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 voll geil. Das ist so cool. Und das macht das ganze Battlefield-Thema dann schon wieder weg alles. Und das ist so geil mit diesen AT-AT, dieses Riesendings. Das macht schon eine Menge Fun. Hey, come on! Open up! What is this shit? Are we for the apocalypse? Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello! Christ, Strassky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, are you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're alright. Jonesy? Jones. Open up! Fuck's sake. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Oh, get her live! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Ja, also man kann die Beta wohl auch im Splitscreen spielen, hab ich mir sagen lassen, und zwar unter Missionen. Und zwar gibt's da eine Singleplayer-Mission, wo so Wellen auf einen zukommen, quasi wie so ein Zombie-Modus, nur halt mit so Sturmtroopern, die halt in Wellenartig auf einen zukommen. Und die kann man halt im Splitscreen wohl spielen. Hab ich gesehen? Weiß ich nicht, ob's funktioniert. Keine Ahnung. Aber angeblich geht das wohl. Oh mein Gott. Will ich hier sein? Was haben wir denn da? Am Necron. Aha. Antenne, Shuttle-Tunnel, die Eingang, was? Fishpen, Abyss, Shuttle-Linie, Power-Linie und ACR-Climber. ACR-Climber. Pathos 2. Aha. Naja, ob das so eine gute Idee war, jetzt hinter mir die Tür zuzumachen? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Was fluten? Was offline? Was, 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 was? Mechanics, Vielfunktionen. Bitte anderen Eingang benutzen. Was? Was für einen anderen Eingang? Was für einen anderen Eingang soll ich den benutzen? Okay. Dann gehen wir mal außen rum. Schauen wir mal, ob wir... Sieht doch ganz freundlich aus. Ja. Boah, so hätte ich mir Bioshock zwischendurch mal gewünscht, ne? Bin ich ganz ehrlich. Das sieht sehr vertrauenswürdig aus, jetzt hier lang zu laufen. Bin ich ganz ehrlich. Das sieht sehr vertrauenswürdig aus. Achso, ich meine Multiplayer. Multiplayer glaube ich eher nicht. Boah. 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 Was? Was? Wer? Wo? Warum erinnert mich das unheimlich an Alien? Vielleicht soll ich mich ein bisschen be... Island. Multiplayer weiß ich nicht. Also Splitscreen geht, aber Multiplayer keine Ahnung. Mach Outlast! Mach Soma. So, äh, wo muss ich denn jetzt lang? Verdammt. Ich hoffe, dass der richtige Weg das ist. Ich bin mir gar nicht so sicher. Das sieht nicht nach dem richtigen Weg aus. Äh, uah. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Hui! Da ist schon wieder jemand. So. Mach's gut, wiedersehen. Bye, bye. Och, das geht ja. Wie gesagt, ich hab da keinen... Mir macht das nix. Muss ich eh einen neuen Account wieder machen. Fällig. Der ist aber schuld. Da müssen wir hin. Da ist der andere Eingang. Puh. Hey, mach Soma. Keine Beleidigung hier an andere, äh, Stream-Zuschauer. Weil sonst gibt's nämlich einen Time-Ord und dann Bann. Ja, die Chat-Regeln stehen unterm Twitch-Channel. Und die Regeln gelten für alle. Dann, dann Eingang benutzen. Der Eingang vorne sah viel... ...vertrauenswürdiger aus. Nein, ich sag's nur. Ich sag's nur, bevor es... Ich sag's nur, bevor es hier wieder ausschreitet, so wie beim letzten Mal. Also nicht ihr beiden, sondern da waren andere beiden beteiligt. Ähm, hab ich beim letzten Mal nämlich auch schon gesagt, da bei Soma, glaub ich, war's gewesen, da hab ich dann bei Soma dann irgendwann gesagt, wisst ihr was? Weil ich mach vor heute einfach Schluss und fertig. Dann lassen wir das Ganze einfach bleiben und fertig. Ich sag's nur, ich sag's nur, ist das nur vorab schon mal. Ist das ein schwebender Helm? Nein. Ich will was ausprobieren. Ich will was ausprobieren. Hier. Na, das sieht ja einladend aus hier. Halleluja. Hallo? Ich will hier gar nicht sein. Wer weiß, was mich hier noch erwartet? Das ist wahrscheinlich dieses Gel. Ähm, Entschuldigung. Nichts drin. Nichts drin. Nichts drin. Nichts drin, außer eine Bürste. Damit käme ich mir erstmal die Haare. Ach, weg damit mit der Scheiße. Ne, letztes Mal war einfach, wie gesagt, da war hier auch, ähm, haben sich zwei auch so ein bisschen an die Köpfe gekriegt und da hab ich gesagt, sowas möchte ich hier einfach nicht. Wir sind einfach eine friedliche Community und, 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 ähm, ja, und da war ich ein bisschen, ein bisschen stinkig war ich da gewesen. Und dann hab ich dann irgendwann gesagt, wisst ihr was, äh, machen wir für heute Feierabend. Obwohl ich auch gesagt hab, ich mach ein bisschen länger. Ne? Und, ja. Das klang ein bisschen wie ein Telefon, oder? Oder hören wir uns das nochmal an, bitte? Nee, doch nicht. Nee, doch kein Telefon. Das klingt wie diesen Typen, den wir da angefasst haben und, äh, wir könnten den, wir konnten den nicht irgendwie scannen, oder so. Mein Gott. Okay. Ja, irgendwie können wir die Leute nicht mehr so richtig so scannen, alles, und, äh, irgendwie... Da fehlt was an dem Körper. Ja, da fehlt ein bisschen was an dem Körper. Und zwar fehlen da... Ist mir auch schon aufgefallen, die Köpfe die ganze Zeit. Aber wir können es ja so machen. Warte mal. Warte. Ähm. Okay, da fehlt nicht nur der, da fehlt nicht nur der Kopf, sondern, ähm, ja. So. Äh. Ich habe was, 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 was. 703.600... Nee, warte mal. 7.036.338 Follower. Oh, cool, geil. Respekt dafür. Glückwunsch. Ähm. Cool. Geil. Ähm, ja. Bevor wir jetzt hier weitermachen und, äh, äh, ähm... Physikalisch alles richtig, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Physikalisch definitiv richtig. Und bevor wir jetzt hier Omikron weiter, äh, ähm, erkunden und weitermachen, würde ich sagen, machen wir eine klitzekleine, äh, Pipipupupause, Chipsopause, Trinkelpause, Raucherpause, äh, wie auch immer ihr es nennen möchtet, Pause. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder spannend bei, äh, Soma und ich hoffe, ihr seid dann immer noch mit dabei, denn ich bin echt gespannt, wo, wo uns Omikron jetzt hier gleich noch hinführt. Und vor allem, vielleicht spielen wir das ja gleich schon durch, ich weiß ja nicht, wie viel da noch kommt. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, bis gleich.